man sollte mich zwei mal hier lang ein muslimer fressen naja auch schwer verließ doch schnell immer eine holle heißen so wird direkt neben mir au so der hat Block erstmal hier ich glaube ich brauche ein bisschen so eine Treppe kannst obwohl ich habe welche bei alles klar alles cool da bin ich wieder Spargel bist du noch im Lager? ja kannst du mal eichenholz halbsteine halbstufen da mitbringen ich mache es mal alles auf hier zack zack 49 reichen nicht ne? brauch es mehr ne? reicht erstmal ich weiß ja nicht ob es gut aussieht so 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 noch ein paar zack zack alter was machst du hier? what the fuck? so komm mit fang mal hier hinten an jetzt ja borussia sharki dann kannst du gehen zwing dich keine hier zu sein äh setz sie mal hier warte mal hier an die oberkante der unteren Reihe da oh hält er sieht cool aus ja tiefer kriegst nicht ja du kannst natürlich auch den Boden setzen ne? und mit umgekehrten Treppen ich glaube ich weiß was er braucht es genauso hoch es ist genau gleich höher setz mal den Boden ne das ist doof nö ich finde das geht aber nicht ich finde das in Ordnung ne 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 da sollen ja den Haken hin und so ne meins nicht? doch kann man so lassen ja könnte man vielleicht noch ein crafting table ne passt ja nicht so wirklich ne also wo ist man sich wir müssen eh schon hier pennen gehen ja ich würde sagen dann hören wir auch langsam auf mit dem stream ja ich mach erstmal eine kiste und dann machen gleich noch einen rundgang schnell und dann und dann noch den äh ja ja das machen wir während des rundgangs ja genau ich bin jetzt mal schloss ich würde sagen wir doch noch mal ganz zum schluss oder ja dann mit dem zusammenwenden ja richtig genau Dave jetzt sag doch mal was das ist ja Mojo das geheimnis lüfte ich gleich noch ne bis zum nächsten stream muss jetzt warten wenn es fertig ist siehst das dann ich stream so in 10 Wochen nochmal ja das könnte fast hinkommen wie das könnte fast hinkommen wie das könnte fast hinkommen oder nächsten Monat oder? den nächsten Monat oder so 10 Wochen ist länger als ein Monat ja so so mein haustier wird flüchten das macht allein die Tür auf äh ja oh shit oh mein haustier flüchtet trotzdem äh so jetzt habe ich es geschwangen genommen so ich bin kein Moderator mehr du bist jetzt mal haustier ist noch offen ja mach zu mach zu so wo fangen wir an das das ich würde sagen ne kommen die doch immer noch am vorletzten machen das als letztes damit Mojo noch ein bisschen länger warten muss ähm tu mir leid Mojo wo fangen wir denn an wer ist dann am weitesten weg welches projekt so Jay hast du überhaupt was eigenes gemacht heute was wir uns angucken ok bei deinem haus weiter ja ja gut dann gehen wir erstmal zu Paul der ist noch ein Stückchen weiter weg ne ich habe gar nichts gemacht du hast automatische Dings gefahren der hat den gebaut ein Lager da gucken wir uns das an gar nichts gemacht um zu Paul also wenig ja das ist nicht gar nichts gar nichts ist wirklich gar nichts dann hättest du die ganze Zeit rumstehen müssen und hättest gar nichts gemacht ja mir fehlen noch so wir treffen uns zu Paul hatte er noch ich putze das halt eh noch ja schnell alles abreißen ja 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 wir sind alle hier ja 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 dann das ist ja bauwerk ist doch nicht es ist ja nicht es wird nicht alles schwer so negativ so erklär uns mal ein bauwerk ist eine automatische Sontieranlage wird natürlich noch viel viel größer gemacht deswegen muss ich den ganzen platz hier hinten für jedes teil gibt es ein kiste ich glaube wir haben ja als vier objekte ja ich habe keine ich habe nicht genug eisen ich habe das ist da kann so lange fahren war heißt wenn ich jetzt in die obere kiste was rein tue wird das automatisch in unten in die richtige kiste einsortieren richtig richtig du musst in den trichter der zum corporator geht oder wie der ding heißt muss 18 und 18 blöcke rein tun und einmal nur vier leistung muss voll sein ach so das ist abhängig davon wie viel ich oben rein tue weiß ich nicht so eine stitze ich habe eine frage ich habe gerade ein schild reingeworfen kommt das ist aus ich kann ja wahrscheinlich nicht zuordnen irgendwo wird es landen ich weiß es nicht ich weiß noch das bleibt wahrscheinlich im letzten tricht irgendwie hängen dann wahrscheinlich hier oben sieht es ja am letzten trichter alles klar automatischen sortieren recht als das nicht der brot später oben einfach noch alles rein zu kippen und dann kannst du einfach reingehen und rausholen ja das doch aber worauf legen das wird noch unter wird noch um bitte woher weißt du da welche seite wohin kommt du keine ahnung und jetzt ganz wieder hast ich werde mal darüber legen du musst du für jedes einzelne item was existiert was du irgendwo in die kiste packen könntest ja ich kann ja ich kann ja nicht richtig musste ich kann ja nicht fichtenholz bretter und ich glaube das fichtenholz weil ich habe ich zusammen wie in einer erst reintun kann kannst du nicht glaube ich nicht ich weiß nicht ob das irgendwie funktioniert weil es ist leider nicht da musst du noch mal eine app nachgucken nein bei der app nein da steht sowas nicht ich würde einfach probier es aus und du wirst sehen das klappt oder so verkehrt ist das nicht mit natürlich noch viel platz hier benötigt ja sicher ist es bloß riesen große ressourcen verteilung na ja natürlich ihr verträgt das sind ja schon mal acht holz und fünf eisen ja das ist es ja ich muss viel viel dafür sammeln gehen dann weiß was ich nicht mal machen kann ja das ist genug zu tun auf jeden fall der paul ist die nächsten 50.000 folgen beschäftigt aber also für jedes glaube ich nicht glaube für glas oder so glaube ich werde ich sowas nicht machen aber du hättest dir nicht so ein großes projekt aussuchen können das auch einfach den messer abbauen können dann fertig ist genau weil der damit fertig ist dann baut den ganzen messer ab und dann setzen wir jetzt zurück wenn alles abgebaut wurde für glas und so werde ich es nicht machen wir für die gängigsten mache ich das schon gut wird schon alles hinhauen aus dem haus drüber dann oder brauchst du ihren eingang runter dann oder ja natürlich ich muss mich einfach noch komplett neues haus da oben drüber und dann ja und das sind wir ein nein ich habe nicht drauf und dann fällt es da rein er kann das rein sortiert der schlechte am letzten richter kommen ja sowas wie für rahmenglas sowas werde ich nicht machen aber für koppelstone holz und sowas da werde ich schon was machen alles klasse ist cool ist mal ein Ei reinwerfen ich würde schnell wieder raus gut dann können wir zum nächsten übergehen zu jr also nichts weltbewegendes gut guten Tag danke alle mir nach ja everybody going tutu und die jetzt brauchen wir erstmal eine halbe Stunde, um mit dem zu kommen immer auf dem Weg bleiben was wohnst du auch so weit weg von mir? immer auf dem Weg bleiben guck mal wie er hier vor mir herläuft und den Kopf ganz nach oben ganz rucklende Luft so, alles alt, alles alt, alles alt, alles alt, alles alt, alles alt auch Zucker, wo ich mich auch gerade trafieren nein, baulio, was ab, bedienen wir haben eine alte Fabrik, das ganz viel Zucker war das hätte man auch mal machen können das sieht aus aus ach, ich wollte ja auch noch was bauen für Zucker war, fuck, hab ich vergessen so, ab jetzt mal ich sehe nichts an, alle stehen mir drin ich sehe nur ganz viele Farben auf einmal so alter, was ein geiler Ausblick das alt ich bin alt ich wollte noch mal den Ausblick geht hier runter nein, bis jetzt nicht ist ja cool ich muss eine andere Seite noch da rufen ich stehe nur irgendwie mal drin ich wieder erstmal zurückrudeln wie funktioniert das denn bitteschön das muss man treffen machen mit dem Wasser und das geht einfach das das du hast durch das Wasser immer auf die nächste halbe Stufe hochgeschoben und wenn da das wasser anfängt, das treibt, das ist teilweise schon der Spargel rennt einfach durch aber man muss auch richtig laufen lassen, oder? wie? es ist egal, es ist egal von welcher Seite das Wasser reinlaufen lässt du machst du vorne die zwei und das treibt da noch hin von hier ah, okay wir haben auch noch mal schöne Aussicht hier drüben muss bloß noch einen Sichtschutz hin machen ich würde nicht runterspringen nein, nein das ist ja tödlich noch nicht okay Abschiedsbrief und dann springe ich runter huuuh shit mein Haus wird zur Selbstmordplattform hast du den Baum lang gestanden oder stand er schon da? der stand schon da ja, ja, ja viel mehr einfach aber zurück kann man nicht, oder? in die Zukunft? das wohl, habe ich noch nicht gebraucht siehst du, die zieht, kommt man hier runter springt runter springt 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 so zieht andere Möglichkeit bleibt hier nicht übrig dann sind wir hier ah bist du weit geflogen, Paul? alter, jetzt ey, wie riesig unser scheiß Teil das ist viel zu groß gebaut wie immer ich erinnere dich an den Strip-Main-Rang ja, in der Unit-Map aber eine coole Aussicht ja, auf jeden Fall verblickt alles naja, bis auf dahin in die Ecke wo die Sonne gerade aufgeht wird auf den Sinn berufen nicht